Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend hier aus der Motorsprung Arena Oschersleben. Wir sind mal wieder zwei Tage hier schön in Oschersleben. Patrick und Nico sind natürlich nicht dabei. Wir sind leider nur zu dritt, aber wir haben trotzdem jede Menge Spaß bis jetzt. Wir sind schon einen Tag gefahren. Motorrad ist wieder GSXR mit neuem Vorderreifen. Ich bin sehr begeistert bis jetzt. Wir werden alle Motorrader mal durchtesten und ich zeig euch ein bisschen was. Und in dem Sinne, bis gleich. A, 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 A und A, A und A, A. A, A, A und A und A D, 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 D knows B, D, D, D. I just like the sound of it. Don't, 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 don't let's see the song right there. Oh, okay, I'll have to 정悶. I can do it. I can do it. I can do it. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020